Wir haben gerade das Begriffspaar geklärt, fixe und variable Kosten. Wir haben gesehen, die fixen Kosten sind die E-Da-Kosten. Die Bereitschaftskosten, die ich schon habe, ehe ich überhaupt irgendwas bewegt habe. Beschäftigungsunabhängig. Und die variablen Kosten sind die Beschäftigungsabhängigen Kosten. Und jetzt kommt eine zweite Unterscheidung, nämlich die Unterscheidung in Einzel- und Gemeinkosten. Die Unterscheidung in fix und variable ist eine Unterscheidung nach der Beweglichkeit. Die Unterscheidung in Einzel- und Gemeinkosten ist eine Unterscheidung nach der Zurechenbarkeit. Das ist was anderes. Also, Einzelkosten sind pro Produkt einzeln zurechenbar. Es geht hier um die Zurechenbarkeit. Bei fix und variabel geht es um die Beschäftigungsabhängigkeit, um die Beweglichkeit. Hier geht es um die Zurechenbarkeit bei Einzel- und Gemeinkosten. Überspringen wir zunächst die Sondereinzelkosten und gehen zu den Gemeinkosten. Gemeinkosten nennt man auch Allgemeinkosten. Und Allgemeinkosten heißen sie, weil sie nicht direkt zurechenbar sind. Weil sie nicht einzeln zurechenbar sind. Und weil sie allgemein sind. Nicht einzeln zurechenbar. Nicht direkt zurechenbar. Strom zum Beispiel. Wasserverbrauch. Miete. Sind Gemeinkosten. Gemeinkosten sind Allgemeinkosten. Kann ich dem Produkt nicht direkt einzeln zurechnen? Muss ich mir über Schlüsselgrößen helfen? So, jetzt haben wir noch die Sondereinzelkosten. Einzelkosten bedeutet direkt zurechenbar. Und zwar zunächst mal pro Produkt. Sondereinzelkosten heißt pro Auftrag einzeln zurechenbar. Nicht auf das einzelne Produkt, aber auf den Auftrag einzeln zurechenbar. Beispiel. Normalerweise produzieren wir diese Tische hier. Jetzt kommt ein Kunde und sagt, ich möchte so einen Tisch, aber ich möchte da links in der Ecke eine rote Schleife haben. Da sagen wir, wunderbar, das machen wir gerne für dich. Aber wir brauchen für diese rote Schleife da in der Ecke ein Spezialwerkzeug. Dann ist dieses Spezialwerkzeug Sondereinzelkosten für diesen Auftrag des Kunden. Oder der Kunde sagt, kannst du mir die verschicken nach da und da. Da sagen wir, okay, wir verschicken dir das gerne, aber wenn wir das nach da und da verschicken, brauchen wir eine Spezialverpackung. Eine andere, als wir normalerweise haben. Weil da und da, da ist es irgendwie wackeliger. Dann müssen wir anders verpacken. Dann ist diese Spezialverpackung Sondereinzelkosten pro Auftrag. Pro Auftrag. Sofort. Bei den Gemeinkosten haben wir die nicht direkte Zurechenbarkeit und jetzt haben wir noch die unechten Gemeinkosten. Unechte Gemeinkosten sind eigentlich Einzelkosten. Das sind Kosten für Kleinteile. Ja, unechte Gemeinkosten sind Kosten für Kleinzeug, für Nägel, für Leim, für Schrauben, für so etwas. Für Kleinzeug. Und warum heißen sie unechte Gemeinkosten? Weil sie eigentlich ja dem Produkt direkt zurechenbar wären. Ich kann für diesen Tisch genau sagen, wie viele Schrauben und wie viele Nägel und wie viel Leim könnte ich. Nur ich tue es nicht. Ich tue es nicht. Weil das unwirtschaftlich wäre. Ja, ich will nicht in Genauigkeit sterben. Und deswegen rechne ich pauschal. So und so viel Nägel, so und so viel Leim. Ich behandle das als Gemeinkosten, obwohl es eigentlich Einzelkosten wäre. Das nennen wir unechte Gemeinkosten. Hallo, ich bin Robin Goode, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.